Wohlfühlen bedeutet für mich Wärme, Ankommen, Geborgenheit und einfach in seiner eigenen Haut zu Hause zu sein. Und ich denke, dass Wohlfühlen ein unglaublich großer Luxus ist, den wir uns leider nicht kaufen können. Aber wir können ein paar Sachen machen, die dazu führen, dass wir uns mit unserer Haut und mit uns selber einfach wohler fühlen. Und zwar, indem wir alles vermeiden, womit wir uns unwohl fühlen. Das gilt für mich für innere Entscheidungen genauso wie für äußere. Mein Tipp, wenn ihr euch Wäsche kauft und es ist nun mal das erste, was eure Haut berührt, dann sorgt da schon für das Wohlgefühl. Das heißt, wenn man einen großen Busen hat, dann braucht man einen breiten Träger, dass der nicht einschneidet. Da braucht man eine richtige Passform. Und die bekommt man in einer guten Beratung in einem Fachgeschäft. So, um sich wirklich dahin zu gehen, dass man auch schaut, dass man sich mit guten Materialien angibt, die schön verarbeitet sind. Und das nicht auf einmal in der Naht irgendwo drückt, wo sie das nicht machen soll. Und so schafft man mit der ersten Schicht auf der äußeren Haut schon ein Stück von dem inneren Wohlfühlen. Untertitelung des ZDF, 2020